Pada Shirsha Adho Mukha Vrikshasana ist der Handstand mit Füßen Richtung Kopf. Pada heißt Füße, Shirsha ist der Kopf. Im Handstand Adho Mukha Vrikshasana beuge deine Knie und gib die Füße Richtung Kopf. Das ist eine wunderbare Rückbeuge, mit der du natürlich das Gleichgewicht entwickeln kannst und die rückbeugende Flexibilität.